oh man ich habe nicht gespeichert doch ich habe gespeichert der kam, der kam da raus ne okay langsam wird es echt gruselig ich mag sowas überhaupt nicht zu verstecken wir waren doch schon hier alles, wir haben doch schon alles durchsucht los schnapp ihn dir okay okay line cowboy hallo die waren wir doch schon oder natürlich waren wir hier haben jetzt im kreis gerät jeder nicht da rein jetzt pass auf ich gehe da erstmal rein ach guck mal leuchtfackel bindemittel die nutzen können wir eh nix na klasse hier waren wir auch gerade dann halt andere richtung gehen wir halt andere richtung dann kommt dann kommt Das Problem ist, hier waren wir auch schon. Okay, dann wollen wir mal. Hier passiert ja gar nichts. Wir müssen ja dahin. Die Frage ist nur, wo ist es? Ich glaube, ich weiß, wo. Hier müssen wir hin. Wir müssen nach oben. Nach oben müssen wir, alles klar. Das heißt, nach oben, wo war nach oben? Da. Oberer Stock, da müssen wir hin. So, jetzt müssen wir auch. Genau. Da müssen wir jetzt hin. Das heißt, links, rechts. Alles klar. Ach, wir müssen jetzt wieder dahin, wo wir schon mal waren. Wie war das genau? Ach, jetzt habe ich falsch gedrückt. Na, was ist es denn? Das ist es auch nicht. Endlich. Was? Geist drauf. Ihr wollt mich auch erschießen. Ach, ist das ätzend. Ist das ätzend. Nee, wir sind jetzt wieder ganz. Ach, klasse. Ja, okay. Wir wissen ja jetzt, wohin. Das kann nicht wahr sein. Ja, genau. Das kann nicht wahr sein. Wir wissen ja jetzt, wohin. Wieso hat er abgebrochen? Wieso Brüster? Jetzt müssen wir wieder alles aufmachen. Ja. Kacke. So, hier hatten wir ja nichts. Hier hatten wir auch nichts. So, hier hatten wir auch nichts. Ja, tut mir leid, Leute. Aber ich beeil mich. So, alles nehmen. Alles nehmen. So. Okay, das kennen wir ja. So. Könnt ihr mal in Vollbild gucken? Das geht ja. Das geht ja. Das geht ja. Das geht ja. In die Facility-Control geht der. Okay, weg ist er. Sonst hatten wir ja alles eingesammelt, ne? Hier konnte ich nicht rein. Ja, hier müssen wir auch nochmal rein. Wir brauchen jeden Scheißteil, damit wir craften können quasi. So, hier war glaube ich gar nichts, ne? Okay. Okay. Okay, dann gehen wir noch andere Seite, damit wir die Karte so gut wie, 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 so gut es geht voll machen. Wir haben leider keine Batterien. Doch, wir haben Batterien. Batterien sind wieder voll. Nice. Okay, dann speichern wir halt jetzt wieder. Kein Monster da. Okay. Dann sag ich mal, machen wir eine ganz kleine Pause. Machen wir eine ganz kleine Pause und sehen uns in 5 Minuten wieder. Bis gleich. Hose ist voll. Bis gleich. So. Bis gleich. Bis gleich. одной, das ist ein paar Mal, mit mir schießen. Also, hier habe ich noch nicht mehr, ich dachte noch mal. Bis gleich, wenn ich noch mal, hätte Tag noch mal geknLLenkt. Dettiere uns dann einfach mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.